Es gibt nicht genug davon. Wieder ein Textrapack, was zumindest hier vom Stein her erstmal sehr wieder an das Original angelegt ist. Hier sieht es ein bisschen anders aus, aber vom Stil her einfach ist es tatsächlich sehr das Originale Minecraft. Auch hier führt sich das so weiter. Auch die Wolle ist wieder sehr original. Die Bilder sind komplett anders. Wenn man sie sich mal anguckt. Dann gibt es tatsächlich keins, was wie im Originalen ist. Und sie haben alle einen Bilderrahmen. Das finde ich auch witzig. Das haben viele Textrapacks nicht. Das TNT ist auch kaum verändert. Genauso wie das Bett, die Tür. Hier auch die Fortbewegungsmittel wieder. Und auch so das Wasser und die Lava. Das ist alles wieder sehr gleich wie das Original. Und das finde ich auch gut so. Allerdings, naja, irgendwann kann man auch sagen, wir haben das Originale. Wir haben vielleicht zehn Nachmachen, die sich immer ein bisschen unterscheiden. Das reicht jetzt auch. Aber ich glaube, es gibt hunderte Textrapacks, die tatsächlich sehr ähnlich dem Original sind. Aber egal. Und damit wieder bis zum nächsten Textrapack. Bis zum nächsten Mal.